Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Ja, wie ihr im Hintergrund schon so ein bisschen den Ladebildschirm erkennt, es geht um Mad Evil Dynasty, ein sehr, sehr geiles Game, was jetzt ja auch schon länger auf dem Markt ist, allerdings, ja, wir jetzt im Koop zocken und wir wollen uns die Top 10 Tipps zum Start angucken. Genau, hier angefangen mit den Spieleinstellungen, ich würde oder wir würden alles so lassen, wie es ist, so wie Standard eingestellt ist, das passt auf normal auch die Schwierigkeit. Das Einzige, was man wirklich ändern kann, wäre hier die Jahreszeit in Tagen, dort ist 3, ja, der Grundstein, kann man auch machen, reicht auch aus, wir haben es jetzt auf 5 gemacht, weil man ab 3 Tagen dann auch die Jahreszeit überspringen kann. Genau, und das ist natürlich wichtig, dass es nicht zu lange ist, weil die Felder auch wachsen müssen, aber zu kurz hat man vielleicht auch ein bisschen Zeitdruck, deswegen ist 5 an sich eigentlich ganz geil. Genau, dahingehend auch noch mit der erste Tipp, sobald ihr die Spieleinstellung gemacht habt, guckt euch auf der Karte erstmal rum, lauft auf der Karte rum, schaut euch die verschiedenen Jagdgebiete an, wo die verschiedenen Tiere abgebildet sind, einfach damit ihr auch später, wenn ihr ein bisschen jagen wollt oder Missionen erfüllen wollt, wisst, wo was ist und ihr findet auch oftmals so Häuser wie hier. Manchmal müsst ihr aufpassen, wir hatten das auch ein, zwei Mal, dass dort Gegner sind, das ist aber eher die Seltenheit. Genau, hier ist auch schon alles von mir gelootelt gewesen. Ich wollte das nur nochmal euch zeigen, dass man hier natürlich auch ein paar nützliche Ressourcen findet, unter anderem Münzen oder auch mal Wein oder Bier, was man dann für ein bisschen Geld verkaufen kann. Also das ist schon gar nicht so verkehrt, am Anfang erstmal so ein bisschen, ja, rumzulaufen. Hier so ein Eisenmesser beispielsweise habe ich noch übersehen gehabt, aber sonst, genau, ist das auf jeden Fall der erste Tipp. Guckt euch erstmal um. Schaut euch die Map an, schaut was ihr machen könnt und ja, sucht euch vielleicht auch schon einen Platz, wo ihr euer Dorf aufbauen wollt, wenn euch was cooles über den Weg läuft. Genau, der zweite Tipp, hier in der Startinsel oder Insel in der Startstadt, schaut euch, dass ihr euch hier die ganzen Aufträge abholt. Es gibt immer Aufträge, die in der Jahreszeit verfallen und Hauptaufträge, also Storyquest und Nebenquest. Die Nebenquest verfallen aber nach der Jahreszeit, genau. Und hier haben wir zum Beispiel jetzt vier Wildschweine, die wir jagen sollen, das gibt uns jetzt irgendwie 300 Münzen. Wir sind doch schon im Jahr 3, also die ist schon relativ gut. Am Anfang gibt es halt auch ein bisschen kleinere Aufträge. Genau, hier Wildschweine sind eigentlich relativ einfach, weil sie auf einen zulaufen und dann müsst ihr mal mit einem Speer einfach in den Kopf werfen, dann sind die One-Hit. Zumindest mit einem Steinspeer und einem Bronze-Sperer. Ich weiß jetzt nicht, wie das ist mit einem Holzspeer, aber es müsste wahrscheinlich in die ähnliche Richtung laufen. Wenn ihr das gemacht habt, gebt die Sachen ab und da kriegt ihr immer Geld. Also holt euch auf jeden Fall in jeder Jahreszeit alle Quests. Versucht sie, wenn sie Sinn ergeben, zu machen. Manchmal sind die wirklich so mickrig, dass sie sich vielleicht gar nicht für den Aufwand lohnt. Aber sonst probiert das wirklich mal umzusetzen. Genau. Hier wollte ich euch eigentlich auch noch zeigen, aber ich glaube, das kommt noch später, dass der Markt eigentlich echt ein sehr, sehr cooler Spot ist, wo man viel machen kann. Genau. So, dann der dritte Tipp. Auch direkt wieder mit Schwein. Könnt ihr auch mit allem anderen machen. Ich werde euch da auch nochmal in die Beschreibung haben, was wie viel Fleisch bringt. Jagd einfach. Wenn ihr euch so ein bisschen am Anfang eingegroovt habt, jagd Kaninchen, jagd Hirsche, jagd Schweine. Einfach, weil das Fleisch, was ihr bekommt, könnt ihr dann braten. Und dort könnt ihr echt gutes Geld machen am Anfang. Also, das hier ist jetzt ja der Oxbow, also dieses Upgrade-Gensquam und das, was man auch im Koop spielen kann. Und dieser Koop-Aspekt ist einfach mega, mega cool. Und ja, so haben wir uns am Anfang auch ein bisschen das Geld gemacht, indem wir einfach Schweine gejagt haben oder andere kleine Tiere, was halt Fleisch bringt. Ich glaube, die bringen pro Schwein 21 oder so, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und dann könnt ihr hier einfach komplett gebratenes Fleisch auswählen. So, ich habe jetzt hier einfach mal alles gemacht. Und das dauert dann ein bisschen, drei Minuten oder so, bis das durchbrät. Und dann könnt ihr das Fleisch, ja, ich glaube, für 4,80 Euro das Stück verkaufen. Oder Minzen, 4,8 Minzen. Und deswegen auch hier die Stelle mit dem Markt. Das ist eigentlich so der beste Markt. Ihr findet hier gefühlt alles, was ihr braucht. Auch gerade so, ja, Sachen für die Felder und ähnliches. Genau, also hier seht ihr 4,8. Ich habe auch, muss ich dazu sagen, schon die erste Stufe gekauft mit den Preisen, also dass ich bessere Preise kriege. Das heißt, am Anfang könnte es noch ein bisschen weniger sein bei euch. Also 10% müssen es bei mir mehr sein. Es kann aber sein, ja, dass ihr das halt auch so bekommt, genau. Das ist aber ein guter Tipp, jagen und Fleisch kaufen. So, damit kann man, oder verkaufen, damit kann man sehr, sehr viel machen. Als nächster Tipp haben wir, wenn ihr euch die Möglichkeit, oder wenn die Möglichkeit besteht, kauft euch so früh wie möglich einen Rucksack. Es muss jetzt nicht der große Rucksack sein für 1.000, aber so der mittlere, dass man 15 Kilo plus kriegt, ist schon ganz sinnvoll. Einfach aus dem Grund, dadurch, dass ihr dann halt mehr tragen könnt. Und ich, oder wir auf jeden Fall, haben gemerkt, dass uns das ziemlich, ja, dass man schnell voll beladen ist, ne. Gerade am Anfang ist das echt ätzend. Genau, hier bei der Dame kann man auch noch weitere Sachen kaufen. Gerade für den Winter ist es wichtig, dass ihr für den ersten Winter ein bisschen ausgerüstet seid. Da kommt aber am Ende nochmal ein Tipp zu. Genau, weil die sind halt schon ziemlich teuer. Ja, also wir haben die ersten drei Winter auch komplett ohne Klamotten überlebt. Ja, da könnt ihr dann beispielsweise eine Fackel oder ähnliches nutzen. Genau, hier, nächster Tipp, die Fertigkeiten. Hier ist es auch wichtig, wie ihr seht, Maultier, da könnt ihr, dass ihr mehr tragen könnt. Also hier gibt es, wenn ihr ein bisschen levelt, ein paar Sachen, die wichtig sind, ein paar Sachen, die jetzt vielleicht unnötig sind. Was ist unnötig, aber die man vielleicht nicht leveln müsste. Hier bei Landwirtschaft beispielsweise würde ich persönlich auf das Reittier gehen. Also dass man hier, wenn man das ruft, dass das Reittier dann kommt beim Pfeifen. Und halt verlangsamte Ausdauer. Sowas wie, ja, mehr Ernte und so. Das machen ja eher die NPCs später für euch. Also da braucht ihr jetzt nicht unbedingt erstmal leveln. Ganz cool ist immer auch noch oben der erste Punkt. Da könnt ihr nochmal mehr Prozente dann kriegen. Hier beispielsweise das. Dabei habe ich jetzt 20% inzwischen. Das finde ich sehr gut. Hier, das ist auch gut, dass schnellere Produktionen durch eure NPCs kommen. Oder eben, dass ihr auch die Steuern ein bisschen senken könnt. Also das ist schon gar nicht so verkehrt. Genau. Im nächsten Schritt haben wir Überleben. Da Empfindlichkeit ist sehr, sehr gut, dass ihr Temperaturtoleranz habt. Das am Anfang vielleicht auch leveln. Gerade auch für den ersten Winter. Mehr Gesundheit. Langsamerer Nahrungsverlust. Also das sind schon so Sachen, die ich leveln würde. Im ersten Winter ist es auf jeden Fall wichtig, dass ihr guckt, dass ihr dauerhaft vielleicht eine Fackel anhabt. Weil dadurch wärmt ihr euch auch, wenn ihr noch nicht die entsprechende Kleidung habt. Ja. Ich weiß nicht genau, was passiert, wenn man stirbt, wenn man alleine spielt. Wenn man dann zurückgesetzt wird an den Speicherpunkt. Wenn man im Korb spielt, dann ist Sterben eigentlich egal. Ihr werdet einfach zurückgesetzt in euer Dorf. Genau. Kommt aber nochmal der letzte Tipp. Hier bei Technologie, ihr schaltet die ja nach und nach frei. Hier gibt es halt Sachen, die mehr sinnvoll sind, weniger sinnvoll sind. Wir finden, dass das meist eigentlich eher so ein bisschen dekorativ ist, um auch ein bisschen Stadt zu machen. Was natürlich wichtig ist, ist in der Jagdhütte, dass man sich dort ein paar Werkzeuge holt oder Waffen, die halt dann besser sind. Aber sonst ist vieles tatsächlich eher so ein bisschen auf Deko, Dorfaufbau getrimmt. Also so die wichtigsten Sachen seht ihr hier bei mir, die man sich so holen könnte. Wir sind jetzt im Jahr vier, vier oder fünf. Genau, das haben wir bis dahin. Und das reicht halt auch vollkommen, um das Dorf und auch erstmal alles so ein bisschen in Gang zu bringen. Also das ist ja das Wichtige. Dazu hat euch Nick aber auch noch ein Video gemacht, wie ihr am besten das Dorf verwaltet. Weil das wäre natürlich dann jetzt auch der nächste Tipp. Also das sind erstmal so die Basics, womit ich anfangen oder womit wir anfangen würden. Das hat uns komplett am Anfang gesaved. Hier kann man natürlich dann auch die Kupfersachen in der Schmiede dann ein bisschen verbessern. Habe ich jetzt überlegt, ob ich noch was kaufe. Aber ich habe es erstmal gelassen. Und genau, hier haben wir dann die Näherei jetzt als letztes fertiggestellt. Jetzt können wir uns auch ein paar Sachen craften und so. Also wichtig ist natürlich auch immer die Steuern. Die müsste man im Blick behalten. Ja, hier der nächste Tipp. Jetzt geht es eigentlich richtig los. Dass man guckt, okay, wo baut man sich das Dorf auf. Das wäre ein cooler Spot hier. Auf dieser Insel. Oder hier vorne, da wo ich jetzt zeige, da ist viel ebenes Land. Oder eben hier im Wald. Im Wald, das fanden wir eigentlich am schicksten. Hier ist bei uns jetzt auch schon Winter. Also das ist wirklich der nächste Tipp. Fangt das Dorf an, baut Felder und erst noch ein, zwei Häuser. So, das ist erstmal das Wichtige. Und wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr hier in den Feldern, ganz wichtig, gucken, dass ihr die auch verwaltet. Also was braucht ihr, da mache ich euch auch nochmal in die Videobeschreibung, wann was man pflanzen kann. Also man kann manche Sachen nur im Frühling pflanzen, manche im Herbst und so weiter. Und genau, schaut, was ihr da anpflanzt, damit ihr da auf jeden Fall auf einem guten Stand seid. Einfach um halt eure Produktion und euer Leben am Laufen zu halten. Genau, alles weitere zum Dorf werdet ihr im nächsten Video finden von Nick. Das waren jetzt so die Top-Tipps. Hier nochmal der letzte Tipp, der kleine Tipp, wenn ihr im Koop spielt, es ist völlig egal, ob ihr sterbt. Ich habe mich jetzt hier umbringen lassen. Ihr werdet einfach zurückgespawnt in euer Dorf. Und genau, also da braucht ihr euch gar keine Gedanken machen. Im Solo weiß ich nicht, wie das ist. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da.